Es gibt einen alten Mythos, in dem wird erzählt, als das große Wasser über die Ufer trat und der Himmel zu brennen begann, stieg der Mond auf die Erde herab und mit ihm die Wesen des Wassers. Erfüllt von dem Wissen der Jahrtausende, brachten sie den Menschen Technologien, die sie in ein neues Zeitalter führen sollten. Doch dann verschwanden die Wesen des Wassers wieder. Aber ihre Geschichte ließen sie zurück. Sie wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Sie erhielt neue Namen, wurde Teil anderer Geschichten. Nach und nach vergassen die Menschen ihren Ursprung. Bis heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017